Ja, wir sind jetzt zurück bei Mass Effect 1. Ich musste, ehrlich gesagt, alles was wir in der letzten Folge gespielt haben, noch einmal spielen. Weil ich konnte weder speichern noch sonst irgendwas und das Problem war eben, dass, äh, ja, das letzte Mal gespeichert war, als ich die Folge angefangen habe. So, und dann durfte ich jetzt nochmal alles machen. Das hat aber Gott sei Dank nicht so lange dauert. Wir haben Anweisungen von Benesia. Feuer! Oh, what the fuck? Aua. Aber wenigstens haben wir jetzt mal unser Charaktermodel wieder. So, weg mit euch. Das ist ja echt nett, dass die Anweisungen von Benesia hatten. Äh. Wo müssten wir denn jetzt hin? Krankenstation. Abgesperrter Bereich. Wow. Was? Wo sind die? Okay. So. Schauen wir mal einmal ins Tagebuch rein. Ähm. Irgendwo in der Riftstation. Ah, das ist ja... Sehr, sehr, sehr präzise. Achso, Moment. Die haben hier noch irgendjemanden. Alter. Was war das denn? Was kann ich denn jetzt nicht richtig zielen? Ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz schnell... ...hier zu dieser Krankenstation. Mal schauen, was es da so gibt. Ich glaube, da ist ja dieser Typ hier. Hatte der uns ja gesagt. Hier ist scheinbar niemand mehr. Ey. Yara, du stehst im Weg. Hm. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Ich werde jetzt auch mal des Öfteren speichern, würde ich sagen. Nicht, dass uns das nochmal passiert. Ja. So, komm schon. Zack. Weg mit euch. Ich hätte eigentlich auch einfach auf diesen Kanister da schießen können. Aber naja. Ah. So. Hier sind eine Menge Gegner, die uns auf einmal im Weg stehen. Die uns scheinbar abhalten wollen von dem, was wir hier vorhaben. Das müssen ja jetzt hier alle gewesen sein. Ah, okay. Ich speichere mal. Sicher, sicher. Gut, wenn nicht so was wieder passiert. Wie beim letzten Mal. Fahrstuhle scheinen also tricky zu sein. Aber ich bin froh, dass wir unsere Charaktermodelle wieder sehen können. Weil das sah echt schrecklich aus in der letzten Folge. Beziehungsweise in den letzten beiden Folgen. Aber, naja. Das ist halt Mass Effect. Das ist halt ein bisschen buggy. Ich würde mal sagen, wir schauen mal einmal. Oh. Okay. Wir können sechs Punkte verkaufen. Äh, verkaufen da schon. Verteilen. Dann machen wir das mal eben. Meist auf der Shield Boost. Äh, dann machen wir mal da und so und so. Genau. Und was haben die noch? Attentat. Das hatten wir, glaube ich, schon das letzte Mal. Aber das sehen wir jetzt erst wieder. Weil ich ja nochmal neu spielen musste. Und ich glaube, wir haben auch deswegen die Sachen auch noch nicht ausgetauscht. Das ist also quasi nochmal hinfällig. 152. Das sieht doch gut aus. Das nehmen wir mal. So, bei Williams ist das selbe. Ah, scheiße. Jetzt haben wir leider schlechtere Sachen gekriegt. Als, äh, wir das letzte Mal hatten. Aber, naja. Was soll man machen? So. 226. Ich guck mal einmal nochmal. Wegen den Upgrades. Panzerungsplatten. 2. Was ist das denn? Gesundheitsregeneration und Giftresistenz. Applative Überzug. Exoskelett. Schildmodulator. Ähm. Ich glaube, das ist ganz gut. Das nehmen wir mal. Was haben wir hier? Wir hatten hier verbessertes Visier 2. Ähm. Kampf-Sensor. Kühlkörper. Hm. Das brauchen wir alles nicht. Schade, schade. Panzerbrechend. Gegen synthetische Ziele. Gegen organische Ziele. Ich glaube, das lassen wir mal erst mal so. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ach, da können wir auch weiter. Achso, da wären wir wahrscheinlich von derselben Seite hierhin gekommen. Okay. Ich würde mal sagen, wir speichern mal. Ich bin wieder das Gefühl, es gibt hier gleich was Böses. Sie wissen nicht, wie es ist, eine Mutter zu sein. Leben zu erzeugen, bedeutet Macht. Ein Leben zu formen, ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen. Ihre Kinder sollten die Unseren sein. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Erwarten Sie kein Mitgefühl. Ganz gleich, wen Sie in diese Konfrontation noch mit einbringen. Liara ist hier, weil sie zu meiner Crew gehört. Wirklich? Was hast du ihm über mich erzählt, Liara? Was hätte ich sagen sollen, Mutter? Dass du den Verstand verloren hast? Dass du böse bist? Sollte ich erklären, wie man dich tötet? Was hätte ich sagen sollen? Haben Sie schon mal eine Azari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Es gibt offensichtlich keine friedliche Lösung hierfür. Nein. Na, toll. Was ist eine Schlampe? Okay. Wenn die das nicht anders will. Okay, jetzt noch einer. Alter. Was macht die denn hier? Oh, natürlich. Oh, fuck. So. Wieso guck ich denn hier? What the fuck? Wo sind die denn? Okay. Wir müssen scheinbar erst die anderen. Okay. What the fuck, Alter. Was sind da noch irgendwelche? Da ist einer. Oh. Ach, Gott. Komm schon. Wie viele will die denn noch schicken? Ha. Drei auf einmal erledigt. Nice. What the fuck? What the fuck? Moment. Schildboost. Okay. Moment kurz. Ich muss warten, bis das Medigill wieder oben ist. So, jetzt. Okay, weiter geht's. What the fuck? Habe ich mich jetzt erschrocken? Ich bin gestorben. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Reden Sie, Venerysia. Was plant Saren als nächstes? Ich werde ihn nicht verraten. Sie werden... Sie... Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu. Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig, aber die Indoktrination ist so stark. Warum sind Sie jetzt in der Lage, sich seiner Kontrolle zu entziehen? Ich habe einen Teil meines Verstandes vor der Indoktrination versiegelt. Ich habe ihn aufgespart für den Moment, wenn ich bei seiner Vernichtung helfen kann. Aber er wird nicht lange vorhalten. Wie kann er Sie zu etwas zwingen? Er ist nicht mal hier. Die Leute sind nicht Sie selbst, wenn Sie in Sarens Nähe sind. Man beginnt, ihn zu verherrlichen, ihn zu verehren. Man würde alles für ihn tun. Die Sovereign, sein Flaggschiff, ist der Schlüssel. Sie ist ein Schlachtschiff von unglaublicher Größe und ihre Macht ist außergewöhnlich. Das Schiff griff Eden Prime an? Ich hätte nicht gedacht, dass ein Schiff dieser Größe auf einem Planeten landen kann. Es hat einen gewaltigen Masseneffektantrieb. Aber das ist nicht die wahre Macht der Sovereign. Je länger man an Bord bleibt, desto richtiger erscheint einem Sarens Verhalten. Man sitzt zu seinen Füßen und lächelt, während man von seinen Worten durchdrungen wird. Zuerst ist es ganz subtil. Ich dachte, ich wäre stark genug, um zu widerstehen. Stattdessen wurde ich zu einem willigen Instrument, erpicht zu dienen. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Sagen Sie mir endlich, wo das Mu-Portal ist, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Selbstverständlich, Commander. Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben. Nehmen Sie sie. Bitte. Es reicht nicht, nur die Koordinaten des Portals zu kennen. Weißt du, wohin er von dort aus wollte? Saren wollte mir sein Ziel nicht mitteilen. Aber sie müssen es schnell herausfinden. Ich habe ihm die Koordinaten übermittelt, bevor sie eintrafen. Sie müssen mich aufhalten. Ich kann nicht. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt sind hier schon wieder welche von diesen Freaks. Oh, what the fuck, Alter. Alter, wo sind die denn? Na, komm schon. Okay. So, zack. Weg mit der alten Schrulle. Sie müssen ihn aufhalten, Shepard. Erst wenden Sie sich gegen den Rat, jetzt gegen Saren. Sie sind nichts und niemandem gegenüber loyal, was? So wird sich die Geschichte wohl an mich erinnern. Mutter. Okay. Okay. So. Okay. Okay. Let's do. Die hier dient als unsere Stimme. Wir können nicht singen, nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Mit wem spreche ich hier? Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben. Die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Ich bin nicht hergekommen, um mit Ungeziefer zu quatschen. Du bist nicht im Einklang mit jenen, die uns zu kontrollieren hofften. Was wirst du singen? Lassen sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? Commander, ich traue dem Vieh nicht. Wir wissen, dass seine Art Killer sind. Der Tank ist voller Säure. Ich schlage vor, ihn zu nutzen. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Kroganer zu weit gehen lassen. Wir haben jetzt die Chance, gleichzuziehen. Sie hat uns nichts getan. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Die Frage ist jetzt, ob ich werde sie nicht töten, bedeutet, dass wir die freilassen? Hm. Ich sag mal, ich werde sie nicht töten. Ich werde nicht ihre gesamte Rasse vernichten. Sie werden überleben und frei sein. Es gibt einen Grund, dass ihre Art bis zur Ausrottung gejagt wurde. Es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen, als eine gefährliche Rasse freizulassen. Hm. Ich würde die Rachni in Zukunft gern an unserer Seite sehen. Wenn sie sie überzeugen können, da auch zu bleiben. Du wirst uns die Chance geben, uns neu zusammenzusetzen? Wir werden uns an dich erinnern und unseren Kindern von deiner Güte vorsingen. Oh, scheiße. Jetzt haben wir ja vorbildlich Punkte gekriegt, aber naja, egal. Okay. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Mission erfüllt. Sie haben die Matriarche besiegt und die Rachni in die Hochsicherheitslaboren eliminiert. Verlassen sie jetzt die Riftstation mit dem Gleichzug, mit dem sie hierher gekommen sind. Okay. Erstmal speichere ich. Bevor hier wieder irgendwas schief geht. Okay, da kommen wir nicht durch. Da können wir durch. Da ist auch schon ein Zug-Symbol, also scheint es nicht so weit zu sein. Das ist wahrscheinlich dieser eine Gang, der da versperrt war. Wo wir am Anfang nicht lang konnten. Tatsache. Okay. Dann nehmen wir mal das Zügchen wieder zurück. Und hoffen, dass wir hier heule rauskommen. Und hoffen, dass wir hier heule rauskommen. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Das Mu-Portal ist mit dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir müssen noch mehr über Saren erfahren. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Die Azari spielen hier nicht die entscheidende Rolle, sondern ich gebe hier die Befehle. Verstanden? Verzeihen Sie, Commander. Ich wollte nur helfen. Das ist keine einfache Mission. Wir sind alle überarbeitet. Wir müssen uns jetzt alle etwas ausruhen. Für den Augenblick, alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Commander? Bitte kappen Sie nicht wieder die Verbindung, wie beim letzten Mal. Ich kann nichts komisches daran finden. Sparen Sie sich die Lektionen. Ich will hier nur meinen Bericht verifizieren. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachmir auf Noveria vorgefunden? Sie haben die Königin davon kommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? Drei? Oder nein? Vier? Das ist kein Spaß, Commander. Die Rachni zählten zu den größten Bedrohungen, der die Galaxie jemals ausgesetzt war. Diese Königin ist anders. Sie versteht, warum ihr Volk das letzte Mal ausgelöscht werden musste. Ich hoffe, dass Sie recht haben, Shepard. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder den Preis dafür bezahlen. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. Okay. Die waren ja jetzt nicht gerade nett, aber wir haben ja gut entgegnet. Okay, alles klar. Ich würde mal sagen, dann danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt nächstes so machen. Ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Und auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.